Bist du hinter mir? So, ich bin über dir. Über mir, alles klar. Fühlst du dich dazu nahe? Ah, hier. Panzerwahl. Angriff. Ja. Scheiße. Ich hab was getroffen. Ich hab was getroffen, aber ich hab sie verfehlt. Ich traf auch grad was. Ich geh hoch. Ich geh um diesen Berg rum und flieg noch einen Angriff. Cover me. Wenn du irgendwas siehst, sag'n Scheid, ja? Ich werd von... ...Mitenschein abgeschossen. Scheiße, ich hab keine Ahnung. Äh, nein, das ist ein Flachs. Das ist ein Flachs. Warte, vielleicht kann ich sie ausschalten. Ich such sie. Sekunden. Ja, das ist Artillerie. Alles klar. Wobei, teilweise haben die Panzerwagen auch Flachs dabei. Doch. Aber ich muss eben um... ...überm Berg rüber. So. Letzter Panzerwagen. Komm, 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 komm. Ja. Alles klar. Das feindlich hat jemand alle Flugzeuge verloren. Wir haben gewonnen. Nice. Ja, cool. Freunde, ich möchte euch auf jeden Fall War Thunder ans Herz legen. Ihr habt das gerade gesehen. Ich und Joy Kudi haben uns hier eine richtig, richtig coole Partie geliefert. Ähm. Ich zeig' dir einfach ein paar Ausschnitte aus dieser Partie. Das Spiel ist absolut gratis. Einfach mal googeln und mich als Freund enden. Meine ID ist Farewell 1. Also mit der Zahl als 1 dahinter. Viel Spaß! Was ist sowas? Was ist denn da? Achso. Ja. Ich bin zufrieden. Ähm. Wo fliegen wir denn hin? Also du hast hier C und äh... Also ich würd jetzt hier erstmal gleich kurz zum Stop bei C machen. So, da fliegt schon einer rauf. Das bin ich wahrscheinlich. Ne, äh, Farewell und... ...so ohne Zyperator. So. So. Guck mal ob wir's mal kurz einnehmen können. Ich muss da halt einfach mal kurz drauf landen. Naja. Dann musst du erobern. So. Ich bin direkt über dir. So. Große Atlantiker Henne. Alles klar, Zone erobert. Gas und durchstarten. So. Golly, bist du bereit? Richtung C? Auf Zug C. Okay, ich, äh, ich geh tief rein, ja? Äh, scheiß, ich brauch uns in Höhen. Sag mir irgendwas, wenn irgendwas hinter mir sitzt, sag mir das einfach mal. Ja. Gut. Ähm... Ich bin gerade jetzt vor dir geflogen. So, linke Seite. Große Adler sind linke Seite. Eilk ist links. Halbster 10. Halbster 10! Jo! Von dem habe ich den Schieß, äh, treffen kann. Ich versuche ihn gerade zu treffen. Treffer. Viele Treffer, viele Treffer! Ich muss meinen MG nachladen. Ich häng mich hinter ihm. Gut. Komme von... Großer Atmer kommt von... Von rechts. Oh. Ein paar Treffer. So ein bisschen zu stressen. Ich hab meine MG wieder. Gut. Halt ihn von mir weg. Hab ihn. Bin hinter ihm. Bin hinter ihm. Sehr gut. Ja. Viele Treffer. Viele Treffer. Kritische Treffer. Gegner unten. Gegner unten. Stürz ab. Stürz ab. Ist nicht mehr rausgekommen. Gut. Alles klar. Ich lade meine MG nach. Ich bin schutzlos. Bleib hinter mir. Bleib hinter mir. Ja. Okay. Großer Adler hinter... ...dicke Hände. Adler hinter dicker Hände. Dicke Hände. Okay. Ich sehe mehrere Gegner. Alle auf ungefähr zwei Kilometer. Vier Stück. Vier Stück. Smack Nimrod. Ja. Den hab ich auch. Den hab ich auch. Angesielt. Versucht zu landen. Holen wir uns B. Okay. Dann komm wieder auf den Boden. Vielleicht kriegen wir den einfach so. Getroffen. Getroffen. Ja. Hab auch getroffen. Flugunfähig. So. Seid bloß vorsichtig. Ja. Immer auf deine 6. Ach. Nimrod ist am Boden. Und... Bin direkt hinter dir. Bin direkt hinter dir. Alles klar. Was haben wir hier noch? Hier. Letos. Scheiße. Yo. Next time. Viele Gegner. Viele Gegner. Keine Panik. Oh. Ah. Verdammt. Verdammt. Der scheint gleich abzustürzen. Er hat meinen Flügel ein bisschen mitgenommen. Scheiße. Ich bleib in der Luft. Ich bleib in der Luft. Wird gut. Roger. Scheiße. Ein anderer Fliegel hat auch was abgeflicht. Ich sehe was im P-Shooter. Ich kann kaum noch manövrieren. Ah. Abgeschossen. Welt abgeschossen. Du wirst verfolgt von... Harvester... KC. Nein. Ich merke es. Ich merke es. Schieße ihn runter. Ich schieße ihn runter. Ich schieße ihn ab. Ich schieße ihn ab. Viele Treffer. Viele Treffer. Ich versuche zu C zu kommen. Halte ich mir vom Leib. Harvester hat von dir abgelassen. Bin aber immer noch am Verfolgen. Ja. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich weiß nicht, ob ich verfolgt werde. Ich weiß einfach nicht. Ich versuche zu C zu kommen und zu Lampen. Ich weiß aber nicht, ob mir die Landung glücken wird, weil mein... Ah. Mein Flugzeug ziemlich mitgenommen ist. Die ganzen Landeklappen, meine ganzen Steuerhilfen sind ausgeschaltet. Wohneinheiten vor C. Ist mitgenommen. Versucht die Landung. Ich wünsche mir Glück, ja? Jo. Ah. M.G. ist gerade ausgefahren. Überhitzt. Ich komme quer rein. Ich komme quer rein. Ah. Scheiße. Ab wann funktionieren die M.G. ist wieder? Ungefähr? Ach so, ein Countdown. Sie meinen, da ist ein Timer. Okay, ich bin gelandet. Abbrechen ausgeschaltet. Abbrechen Harvester ausgeschaltet. Harvester fast zerstört. Harvester gleich kaputt. Harvester zerstört. Okay. Versuchen vielleicht über C zu bleiben, weil... Alles klar. Bin gelandet. Gut. Reparatur in 37 Sekunden. Scheiße. Dicke, eine Startbereit. Die werden gerade abgeschossen von Panzer. Ja. Die ist hier ab. Die können nichts. So. Bin gestartet. Ich bin gestartet. Ich bin in der Luft. Uh. Scheiße, Blackhawk. Blackhawk an meinem Arsch. Warte. Ich versuche erst mal, einen Panzer wegzuziehen. Irgendeinen. Ja, an meinem. So. Ein Panzer ist weg. Was haben wir hier noch? Siehst du ihn? Da. Hab Panzer auch zerstört. Blackhawk versuchte... ... das Ganze in der Nähe. Er hat abgeschossen. Von den Panzern. Blackhawk ist ausgestiegen. Blackhawk ist ausgestiegen. Geht runter. Ja, ist abgestützt. Wir sollten uns erst mal um die Panzer da unten kümmern. Die zerflücken sonst unseren Flugplatz. Ja. Nimmst du den rechten, ich nehme den linken? Ja. Panzer zerstört. Na. Panzer nicht zerstört. Huuu, war das knapp. Fliege ich deine Kurve? Äh, mein Motor ist ausgefallen, mein Motor ist ausgefallen. Versuch zu lernen. Wir sollten es genug Schwung haben. Panzer zerstört. Zwei Panzer zerstört. Bin... Elandet. Bin aber zu schnell. Kann sein, dass ich gleich gegen den Baum knalle. Warte, du wirst... ... ins Visier genommen von Salih. Salih ist ausgestiegen. Gut. Ich weiß nicht, was der gerade gemacht hat. Verlass den Flugzeug in 10 Sekunden. Gut. Alles klar. Steige in ein neues Flugzeug. Lauf zum Flughafen. Steige in ein neues Flugzeug. Ich versuche dich irgendwie... ...zu covern. Bist du raus? Gut. So, ich hab jetzt raus und nehme jetzt die... ... äh... ... Fury MK2. Wir platzieren uns neu und warten bis Cody... ... in unsere Nähe kommt. Alles klar. Wir bequenzen uns auch. Ach du Scheiße. Viele Gegner. Harvester 10. Kommt direkt auf mich zu. Ja, Gegner bestätigt. Großer Adler, ich hab deinen Rücken. Gut. Schießt der Harvester 10 ab. Ja, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Getroffen. Getroffen. Ich dreh allen. Jo, dreh um. Versuch ihn wieder zu erwischen. Er hat dich... Er versucht dich zu verfolgen. Ja. Flieg ihm einfach hinter den Rücken, dann sollte das alles klappen. Ja, ja, warte. Ich schieß ihn gerade schon ab. Ja, getroffen. Mehrere Treffer, viele Treffer. Ist ziemlich durchsiebt. Er bleibt nicht mehr lange rum. Alter, wenn er der stark... Flieg du gings. Warte, wir kriegen Gesellschaft brutto... Ja, wird nicht abgeschossen. Scheiße, warte. Ich seh ihn. Warte, zwei Treffer. Nichts Schlimmes. Beschädigt. Bewegt dich, bewegt dich. Ja, ja. Noch mal getroffen. Na, es geht nicht gut. Keine wichtigen Systeme getroffen. Mein Rumpf ist ein bisschen beschädigt. Wird auch unter Beschuss genommen. Gehe dich gar nicht mehr auf der Karte. Wo bist du? Ich bin unter dir. Okay. Ja, ja. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Komm schon. Ah! What the fuck? Geh runter! Äh, sie wurden abgeschossen. Nö, ich bin direkt tot. Ja, manchmal, manchmal schießt es sich direkt raus. Warte, der P-Shooter geht runter. Alles klar. Ja, ich bin abgeschützt. Nimm mir jetzt die Nimrod MK1. Ah, das ist auch meine. Ich versuche den Harvester, der dich abgeschossen hat. Ich versuche mich auch abzuschießen. Das ist eine Drache. Direkt hintergesetzt. Ah, verdammt. Was ist hinter mir? Nein! Ah! Er hat nicht mehr viel Schuss. Scheiße. Achtung, du wirst von... Von drei Leuten verfolgen. Ich bin ziemlich durchsiebt. Ich mache es nicht mehr lange. Scheiße, versuche eine Notlandung. Verringern. Versuche deinen Verfolger zu treffen. Mein Motor ist aus. Scheiße. Versuch zu landen. Versuch's. Keine... Ah, scheiße, keine Munition mehr. Harvester 10 verfolgt mich grad. Ja, ja, ja. Versuch zu treffen. Ich seh's. Harvester 10 landet auf. Ja, er landet auf mir. Scheiße, ich bin unten. Ja. Harvester 10 zerstört.